Wenn ich jetzt den Preis übergebe, ist es jemand, der auch im letzten Jahr schon den Förderpreis der Sparkasse erhalten hat. Und wo ich mir einen Tag sagen lassen, der wäre ja in der Musikschule groß geworden. Deswegen rüge ich nochmal Herrn Sami Kim zu mir und auch Ihnen einen herzlichen Glückwunsch. Amen. 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 Amen.